muss ich denn überhaupt lang ich habe keine ahnung wo ich lang muss ich habe keine ahnung wenn ich jetzt hier runter lauf sterbe ich wahrscheinlich auch oder nein gut okay 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 wir sind ein schritt weiter auf der ersten und zweiten treppe waren stacheln ich hoffe auch der dritten nicht bitte jetzt spuck ich hier schon mein monitor mikrofon alles voll komm schon ja aber hier ist kein checkpoint ich drehe durch wenn ich jetzt sterbe muss die ganzen scheiß noch mal machen ich habe das schon gemacht geht weg ihr blöden mist schildkröten stachel teile du willst weg alle meine haustiere auf scheiße auch leckt mich doch am arsch entschuldigung ich glaube ich muss ganz viel piepsen in der folge ich werde jetzt echt gerade sehr sauer sehr sehr ganz ruhig ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben alles wird gut alles ist schön die welt ist toll alles aufnehmen macht so viel spaß es ist wunderbar habe ich schon erwähnt dass das alles eure schuld ist habe ich das schon erwähnt ich glaube ich habe es schon erwähnt und es ist wirklich alles eure schuld ich fände das total ich brauche erst mal nach am baldriant hier oder sowas oder ne valium komm schon komm schon ok 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 ah das habe ich vergessen dass es da runter ging es habe ich vergessen es tut mir so leid ich hab's vergessen man kann doch mal was vergessen kann man doch nicht alles merken hier ok na immerhin habe ich das ist schon im griff ok ok alles klar was ich habe die doch gar nicht berührt was soll der scheiß ich habe die gar nicht berührt gehabt das war folgen gebackt und und so und blödes scheiß ding lass mich gewinnen ich drehe gleich durch und hau auf meine tastatur ich werde wahnsinnig ich werde wahnsinnig und das ist gar nicht schön denn ich verliere langsam die geduld dieses lied ist scheiße weil einfach so aber ich weiß nicht was ich sonst tun soll weil ich muss mich irgendwie ablenken da 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 ich muss nach dieser spielerunde muss ich ungefähr drei kilometer joggen gehen um meine ganze wut wieder abzubauen die sich jetzt gerade ansammelt hör doch auf dahin zu laufen wenn ich dir nicht sage dass du da hinlaufen sollst man tastatur scheißdreck so nein 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 gott es kann doch nicht wahr sein mein ganzer kopfhörer wird jetzt gerade verschoben es kann doch nicht wahr sein es kann doch nicht man kann doch kein spiel machen das so scheiße schwer ist und es ist doch eigentlich gar nicht ich muss einfach nur ruhig bleiben und ich mach gleich meine tastatur kaputt ich muss jetzt echt auch doch man warum ja das scheiß musik hier echt bin voll genervt er ohne scheiß bin so genervt ich bin so ich bin so ich bin so genervt das ist nicht mehr lustig das ist nicht mehr lustig ich ok konzentration aufmerksamkeit und ruhe und dann schaffst du den ersten teil hast du ja schon mal geschafft den schaffst du auch wieder also ganz ruhig das sind millimeter sind das millimeter worauf es ankommt du springst ein millimeter zu früh oder zu spät ab und es geht alles den bach runter alles 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 was für die jemals erträumt oder gewünscht hast oder man diese scheiß schild grüten dinge was machen die da überhaupt was für einen sinne gibt es dass die da sind wieso und da kommt man gar nicht drüber wie soll man da drüber kommen guck mal mit welchem abstand die laufen und vorhin war ich so zwei millimeter neben einem gestorben weil das so umgepackt hat wie zum teufel soll ich da jemals rüber kommen das ist auch ein ding der unmöglichkeit ich muss da genau zwischendrin landen und dann noch über die andere das geht nicht das funktioniert einfach nicht das ist das scheiß ding da oben lass mich nur so jetzt guck 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 so seht ihr seht ihr ich lande nicht mal da drauf ich lande zwei zentimeter nebendran und trotzdem sterbe ich das ist so unfair wie soll man das machen mama kann ich drüber springen wenn die ganz nah dran sind über alle drei gleichzeitig das könnte man probieren nein 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 da ist ja dieser blöde scheiß balten das kann ich auch nicht machen das funktioniert auch nicht das funktioniert auch nicht ich bin zu ich muss also hier runter es geht nicht anders nein da wo das gebüsch endet da wo das gebüsch endet da ist extra ein gebüsch damit du eine platzorientierung hast eine dings orientierung eine örtliche orientierung oder wie auch immer das heißt ich habe keine ahnung wie das gerade heißt ich reg mich gerade viel zu viel auf als dass ich irgendwie klar denken könnte alter jetzt spring doch nicht die ganze zeit in dieses dämliche loch da wo das gebüsch endet so meine lieben gaming freunde da draußen ich hoffe euch hat das heutige let's play gefallen ich wollte eigentlich beide level heute fertig machen so und das alles in eine let's play park gehen aber irgendwie funktioniert das ganze nicht denn ich sterbe immer und immer wieder ich bin jetzt bei 315 toten nochmal um zur erinnerung ich war am anfang bei 200 irgendwas ich bin glaube ich fast 100 tode gestorben heute und ich bin so sauer gerade im moment dass ich nicht weitermachen kann ich muss jetzt eine pause einlegen weil ich sonst irgendetwas kaputt mache was hier in dieser wohnung ist und da mir das alles lieb und teuer ist was hier steht werde ich mich jetzt erstmal abregen beruhigen und vielleicht eine runde schlafen oder eine runde oder fünf runde block joggen keine ahnung was ich mache und erstmal das letzte an dieser stelle beenden aber das bedeutet nicht dass es nicht irgendwann mal weitergeht ich weiß ihr mögt das spiel und ich weiß ihr mögt es auch dass ich mich so ärgere ich mag es weniger aber okay und ich hasse dieses spiel ich hasse es von ganzem herzen und wenn ihr wollt dass dann noch ein weiterer teil kommt dann müsst ihr mir jetzt auch einen gefallen tun ich werde dieses spiel erst dann weiter spielen wenn ich auf diesem video was ich heute hochlade mindestens 10 likes habe dann spiele ich weiter aber vorher nicht so habe ich jetzt erstmal eine pause ich hoffe dass das video nicht morgen schon 10 likes hat weil ich ansonsten ein problem kriegen werde weil ich mich bis morgen garantiert noch nicht abgeregt habe aber das verspreche ich wenn ich 10 likes bekommen dann spiele ich weiter aber ansonsten war es das erstmal mit an für mario weil es mir wirklich den nerv raubt und ich für nichts mehr garantieren kann wenn ich das spiel weiter spielen werde ich hoffe ihr hattet auch einen spaß ich glaube schon dass ihr mehr spaß hattet als ich beim video beim schauen dieses videos und ich würde sagen wir sehen uns am montag wieder zu einer neuen folge von minecraft einfach so oder wunderschönes wochenende wie gesagt wer mir immer noch nachträgt dass dieses spiel so einfach und easy und alles ist und in der video beschreibung ist der link spät es selber und dann wenn ihr das geschafft habt bis zu dem level den ich jetzt bin und noch weiter dann könnt ihr gerne kommentieren aber vorher möchte ich nicht hören von wegen dieser so einfach ist so easy warum stellst du dich so an erst wenn ihr besser seid als ich dann dürft ihr das schreiben so bis montag schönes wochenende eure niki bye bye